Hallo! Ich bin Victor! Seit 30 Minuten arbeite ich bei Targlas. Ich war dabei, als wir als erste WLAN angeboten haben. Oder als wir die Flatrate für alle bezahlbar machten. Für Telefon und Internet. Aber die neuste Innovation von 1&1, die sehen Sie hier. Das bin nämlich ich, ARDOLD VICTER! Und wenn bei Ihnen irgendetwas richtig läuft, bringen wir es nicht zum Laufen. Viele unserer DSL-Kunden wünschen sich In totalem Krieg! Unsere Lösung? ARDOLD VICTER! Hallo! Herr Neumann hat uns geschrieben Ich werde dich einfach abknallen! Mit Assault Riffel werde ich dich einfach abknallen! Herr Neumann, das hier ist unser DSL-Modem. Oder besser gesagt, Ihrs. Denn wenn Sie zu uns wechseln, erhalten Sie zu Ihrem Modem einen persönlichen Startcode. Zuhause dann, einfach altes Modem raus, Neues 1&1 Modem rein, Startcode eingeben und alles neu installieren! Einfach geht's nicht! Überall! Kein Empfang! Sogar hier oben! Überall! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Das mit dem Stolz ist mir neu! Wir haben eine Umfrage gemacht, was DSL-Kunden wichtig ist. Kuchengeschmack! Wollen 35%! Ich hab ne kleine Stückchenpest! 56%! Deckerit! 78%! Aber das Wichtigste, und das wollen 99% ist den günstigen Preis! Deshalb senke ich den Preis auf 19,99! für nur 19,99 im Monat! 1&1.de